Thema heute Torabschluss. Das heißt, wir arbeiten zum Aufwärmen im ersten Kontakt, dass die Ballmitnahme sauber ist, weil ich glaube, wenn die Ballmitnahme sauber ist, tust du dir beim Torschuss leichter, oder? Natürlich. Wenn der erste Kontakt sauber ist, wenn du den Ball sauber mitnimmst, tust du dir viel leichter. Natürlich, wenn ich ihn nicht sauber mitnehme, was tue ich trotzdem immer im Spiel? Immer schießen, immer schießen. Nicht Zeit verzögern, sondern immer schießen, Tempo aufnehmen, Torabschluss. Das heißt, Warm-up, Ballmitnahme, erster Kontakt sauber, dann zum Hauptteil arbeiten wir aufs Tor und zum Schluss, wie immer, das Ganze in der Spielform. Spiel mal Ball zu mir, Kevin. Wenn ich scharfen Ball spiele, scharfen Ball zu mir. Ich nehme den Ball mit, wie? Zur Seite oder in die Bewegung? Okay, und immer auf meinen, wenn ich schon eins vorausdenke, auf meinen starken oder schwachen Fuß. Wenn ich eins vorausdenke, denke an den Torabschluss, nehme ich immer den Ball auf meinen starken Fuß mit, dass ich mit dem zweiten Kontakt, jener Ball zu mir nochmal, ja, erster Kontakt in die Bewegung, zweiter Kontakt, wer dann zum Torabschluss. Klar? Klar, klar. Jetzt legen wir den Schwerpunkt in einer Passaktion einfach darauf, dass der erste Kontakt, die Ballmitnahme sauber ist und der Ball schon in die Tiefe, richtig mit Präzision gespielt wird. Ja, ja, ja. Und so, tack, tack, tack. Jetzt schick ihn rein. Und so, tack, tack, tack. Gib ihn tief, tief, tief. Ja. Der Ball. Ja. 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 Eine sehr anspruchsvolle Übung. Die Jungs müssen sich konzentrieren auf sauberes Passspiel, auf einen sauberen ersten Kontakt und auf den Ball in die Tiefe. Heißt, anspruchsvoll, obwohl einfach aufgebaut. Und tack, 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 tack. Gib den Tief. The center ball. Ja. 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 Du bist mit Jenan, klatscht zurück zu mir und spiel den Ball in den Lauf. Jenan dreht sich, du drehst dich rein. Hinein drehen. Heißt, hier, tack, klatschen, hineindrehen. Nicht den Ball mit. Erster Kontakt. Zweiter Kontakt ist schon abschneit. Lass dir, Domi. Ja. Alles okay. Alles okay. Prost. Prost. Ja. Tor machen, Tor machen, Tor machen, Tor machen. Ey, wer drüberschießt. Tack. Ja. Die Jungs sollen aus einer spielnahen Situation, Doppelpassaktion und bin dann sofort im 16er drin, heißt schnell zum Torabschluss kommen. Geht vor allem um Schnelligkeit, dass sie schnell schießen und dass sie natürlich auch das Tor erzielen. Eine Änderung, wir provozieren jetzt das Rauskommen vom Keeper, okay? Keeper kommt raus, ihr entscheidet, was ist die richtige Entscheidung, gehe ich vorbei oder früh genug abschießen, okay? Okay, was ist meine Lösung, wenn der Keeper rauskommt? Ich habe 1 gegen 1 gegen Keeper, was ist meine Lösung? Schnell vorbei, reinschieben, heißt flach, ich suche mir ein Eck aus, flach. Rechts, links, ins Eck, früh genug. Wenn es zu spät ist, wenn er da ist, gehe ich vorbei. Mutig, entschlossen, vorbeigehen, klar?